Es hat geschneit. Es regnet. Ein, zwei Quart. Ein bisschen Rheinberger Trail. Schauen wir es uns mal an. Let's go. Oh ja. Das war die erste. Moin Moin. So Leute, also heute habe ich mir vorgenommen, werde ich mal ein bisschen wieder mehr aus dem Hintergrund reden. Ich habe jetzt hier auch schon mal ein schönes Mikro, was ich euch auch gleich mal einlenden kann. Genau, da müsste auch die Audioqualität ein bisschen besser sein. Und naja, ich glaube, man hat es schon gesehen, das Wetter war irgendwie nicht so richtig toll. Also nicht das, was man schon am schönem Wetter versteht. Wir hatten trotzdem unseren Spaß. Wir sind halt komplett natschig geworden, aber heißt ja nicht, dass man keinen Spaß haben kann. Genau, wir haben so ein, zwei kleine Videos noch für euch wieder aufgenommen. Die werden wir jetzt euch hier mal zeigen und dann melde ich mich gleich noch. Wir haben gesehen, da kommt ja hier eine richtig eklige Fütze. Das war der Moment. was er wusste, er verdammt und dann war ich auch schon im Matsch Weiß echt nicht, worauf ich mich hier eingelassen habe Ach du Scheiße Ne, den spring ich heute auch immer nicht Wir sind dann noch ein paar Trails gefahren ähm, war wie erwartet sehr sehr matschig und dunkel und auch ein bisschen leblig Das Problem war, weil zu dunkel war die GoPro hat ein bisschen rumgespackt, beziehungsweise die kommen mit so wenig Licht einfach überhaupt nicht gut zurecht und deswegen rauschen die Aufnahmen ein bisschen, aber ich glaube es geht und die zeige ich euch jetzt einfach nochmal Leute, schaut euch das man erstmal klar, die GoPros kommen jetzt zu Guckt mal hier Ich fahre jetzt nochmal hier den kleinen Falken, also steht vorher das schon dran, aber rechts geht halt der kleine Falken lang Deswegen werde ich jetzt wahrscheinlich sehr sehr langsam fahren Ja, meine Bremsen haben auch irgendwie irgendwas komisches heute Morgen gefrühstückt So Was? Okay Das ist doch nicht rutschig Nee, das ist nicht rutschig Nee Let's go Let's go Geht schon Jetzt muss ich aufpassen, dass ich wenig hinlege So, rein in die Matsche Geil Geht schon Okay, Feuerlöscher Trail Worse ist much Let's go Oh Hilfe 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 Alter Hilfe Ich muss nicht nur Hilfe Hilfe Und weiter gehts Huch Huch Schon Verrück Viel Ja Nein Untertitelung. BR 2018 Untertitelung. BR 2018 Alter, ich rutsche hier echt nur hin und her.